Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir der Maffel. Leute, übrigens wir sind jetzt wieder in Arena 8, obwohl es ist ein mega Bug. Leute, ich will euch nochmal zeigen, was hier passiert ist. Ich krieg hier plus 30. Ich hab hier 2287. Ich war da in Arena 7. Jetzt krieg ich minus 30. Hat aber komischweise, obwohl, nee, nee, warte, warte. Hier hab ich für die plus 29, hab ich die hier bekommen. Dann für die plus 30, hab ich auf 2317. Und es wurde mir nicht angezeigt. Ich war kurz drauf, ich war in Arena 7. Und jetzt gerade durch die minus 30, Arena 8. Leute, erstmal Mission Kronentor. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Aber könnt ihr noch nicht, weil ich noch nicht hochgeladen habe. Bitte. Was ist das? Das ist der Gift, oder nicht? Alter, doch, das ist der Gift. Das fernert sich ständig durch das Licht. Durch das blöde Licht. Durch das böse Licht. Wieso? Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Lasst einen Dislike für den Bomben. Lasst... Gibt diesen Typen, der nie 202, wenn ihr gegen den müssen, ne? Und der einen YouTuber kommt, dann gibt den Dislike. Dieser Scheißbaum hat meine Prinze Elfie getötet. Schon wieder. Nein. 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 Nein, böse. Fui, aus. Nein. Alter. Und ich wollte nur mal zeigen, die Opel schaden. Tschüss. Tschüss. Was ist das für eine Scheiße? Leute, was ist das für eine Scheiße? Das ist aus meiner Sicht die beste Idee. Jun, das ist jetzt das zweite Mal. Ich werde dich sowas... Ich werde... Denny, denny, ich werde dich sowas anfinden. Ich werde dich finden. Ich werde dich... Und dann werde ich dich wegwecken. Oh, Leute. Ihr seid alle, die es gesehen haben, aber ich kann das noch nicht sehen. Das ist mir nicht hochgeladen. Ich bitte nicht. Bitte hör auf. Nein. Leute, es kommt gleich dieser Scheißbaum. Ich muss jetzt... Hör auf. Das heißt... Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Krieg, 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 Krieg. Für ihn? Für den Schiss, Brumbo? Leute, bitte. Bitte, nein! Nein! Wieso? Leute. Das geht so nicht weiter. Wir gehen immer weiter nach unten. Natürlich sind wir aber nur noch in Arena. Vielleicht kriegen wir heute den Bola. Oder? Wir kriegen sogar den Holzfäller. Oder wir kriegen beide. Wir kriegen den Holzfäller. Als epische Garten kriegen wir den Bola, den Holzfäller, als Legend. Dann habe ich auch alle Garten in Level 8. In Arena auch. Ich werde die ganze Zeit nichts machen. Ich will einfach bis ihr kommt. Das ist immerhin eine Toilette-Pick. Wieso ist eigentlich die Taktik so scheiße beruht? Könnt ihr mir mal das mal erzählen? Meine Bogies rasieren richtig, ne? Richtig nice, Leute. wie? Hier kommt der Friedhof- Haha, du Loser! Du scheiß Null! Du bist ein Loser! Hörst du? Jeder scheiß Bomber auf diese Welt. Jeu! Ja, du bist ein Loser! Ja, du bist ein Loser! Ja, du bist ein Loser! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bitte nicht bitte bitte habt ihr gesehen wie wir die können Leute guckt euch das mal und wie kriegen die wir können sie schießen ich glaube an uns ja ist das nicht irgendwie ein eigenes habt ihr das gesehen meine Freunde ich finde das ist das ist asozial ja wir können die großen Truhe öffnen du schich spakos 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 Boi ich muss das verteidigen ich hab das verteidigt Leute zum abschluss dieser schönen wunderschönen Volki Machen wir jetzt die auf. Biete Glück. Wieso kriegen wir nicht immer nur Gems? Der interessiert mich nicht. Ich will den Bowler haben und nicht... ...Hauke hat den Clan verlassen. Wie kann man das denn hier so bringen, Alter? Deedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee-dedee Dup, dup, dup. Bitte, ich will die Kürzen. Ich will Geld ausgeben. Leute, ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Schist Opening mache, also ein Opening, aber dann, wenn, wenn ihr dafür seid, dass ich noch ein neues, dass ich ein Schist Opening mache, dass ich ein Angebot kaufe oder so, oder, ähm, Super Magie-Tron öffne, dann macht den Like-Button kaputt, abonniert den Kanal, dann sehen wir uns bald wieder, aber Leute, ich mach das heute erstmal so, ich bring ein Video, dann morgen das zweite, äh, morgen das dritte und das vierte, dann irgendwann, also an dem Tag von nach übermorgen, also über, übermorgen, genau so, so mach ich das, Nein, Leute, ich wollte euch noch ein, das ist, äh, extra für euch, es ist eine Plus-Challenge, ich mach ein Challenge, also eine Kron-Tour, ausbildender Marvin, Leute, Leute, guckt euch jetzt den Turn an, gut wie schnell geht das und vor allem dass er noch prima macht da oben drauf Leute er freut sich dann auch noch obwohl das ist voll kacke der darf sich nicht fragen Leute es ist ein es ist ein Kampf mit Nullett schnell hab ich's Leute das hab ich extra nur für euch machen gemacht extra extra nur für euch verliere doch ihr guckt immer meine Videos das find ich voll toll für euch und ich hoffe dass wir das jetzt noch schaffen bevor die diese traurige Video zähle geht da da Ciao Leute und bis zum nächsten Mal bewertet den Part und Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020